Herzlich Willkommen meine lieben Fußballfreunde hier zum Ankündigungsvideo für den Livestream. Ja, es wird mal wieder gestreamt und das wurde ja auch Zeit schon lange nicht mehr gemacht. Heute gibt es ein bisschen Pack Opening Action. Ich habe mir ein paar Microsoft Points geholt und werde damit ordentlich Packs ziehen. 3.500 FIFA Points sind es dann insgesamt. Und ja, wir werden ein bisschen traden. Besser gesagt, ich werde ein bisschen traden. Und wenn ihr wollt, schaut rein. Ich würde mich freuen, dann würde ich sagen, Link unten in der Beschreibung. Macht's gut, haut rein, schau mit V, bis gleich. Tschüssi, 17.15 Uhr.